Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Day of Infamy. Wir sind hier im Wald. Und wir versuchen hier uns gegen die Deutschen durchzusetzen, was sich als sehr schwierig erweist. Oh, fuck, 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 fuck. So. Woah. Ich dachte, der wäre gerade einer gewesen. Wir haben hier also Leute, die was angeben. Das finde ich sehr gut. Ich brauche jemanden, der mir sagt, was ich zu schminken habe. So, rein in den Rauch. Da ist er. Meine Güte. Ich treffe auch wirklich gar nichts. Thank you very much. Wir nehmen den Punkt ein. Dann haben wir alle Punkte eingenommen. So sieht es nämlich aus. Yeah. Haha, eine. Ich glaube, eine der ersten erfolgreichen Runden, zu der ich allerdings nicht viel beigetragen habe. Gut Glück, Mann. Gut Glück. Okay, mal sehen, was als nächstes passiert. Okay, ist die gleiche Karte. Mal schauen, was passiert. Going in den in den Bähigkeiten? Alle. 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 B, 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 B. 100 Meter. So, schnell zu B. Wow, wow, wow. Was ist denn das hier? Was zur Hölle? Oh, oh, oh. Hier geht es ja schon wieder los. Ah. Ah, fuck. Alter. Aber irgendwann habe ich den Punkt noch mit erobern können. Das ist jetzt interessant. Was passiert mit B? Oh, B, 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 B. Los. Oh, scheiße. Lampenpfosten. Da. B ist weiter umkämpft. A ist jetzt noch keine Alternative, keine Wahl. Ich hoffe, da ist jemand von uns. Ich hoffe, wird hier nicht auf freier Bahn einfach so erschossen. Wo, 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 wo. Oh, oh, oh. Ich muss hier runter. Warum? Oh, oh. Ah, das war dumm, wenn der Nase juckt, toll, wird er komplett überrannt, scheiße, jetzt hat er die D eingenommen Okay, wir wissen also, ah, B wird wieder eingenommen, ist doch gar keine Frage Da ist er, ein gefährlicher Lampenmast, Pfosten, wie auch immer, Lamp Post Was war das? Was zur Hölle? So Wir stehen hier unter Beschuss Ich sehe nichts Oh, da kommen sie, da kommen sie Wie? Scheiße, das hat ja eine Menge von uns erwischt Das kann uns natürlich jetzt Punkt B wieder kosten Also möglichst schnell wieder zu B und hoffen, dass sich da nicht so viel getan hat Wir haben noch nicht einen Abschuss erzielt, oder? Ne, aber nein Das war jetzt alles andere als klug, schnell rein, oh, da hat mich was verfehlt Guck dir das an, so ein doof Mann Ich hoffe mal Oh, Mann, oh, warum treffe ich den nicht einmal? Warum bin ich so schlecht? Warum? Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann Ich kann sie schon hervor nachdenken Wo ist er? Wo, 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 wo. Ach, ne, da steht einer von mir. Okay. Das war nicht so gut, aber ich habe zumindest C-Help. Oh, oh, da hinten. So, jetzt müssen wir zu C. Ah, Mann! Aber wir sollten diese Runde schon schaffen, denke ich. Wir haben noch fünf Reinforcement-Waves. Die Deutschen haben nur noch eine. Da, ich habe einen gesehen. Das mit dem, äh, es gibt jetzt keine Kill-Messages mehr scheinbar nach einem Update am Freitagabend. Äh, zumindest gibt es wohl zwei Einstellungen, entweder mit oder ohne Kill-Messages. Und ich vermute mal, das ist dann wahrscheinlich eine serverseitige Einstellung. Ich muss sagen, mir fehlt das schon sehr. So ein bisschen als Bestätigung, wenn ich dann tatsächlich doch einmal in fünf Stunden was treffe, dann will ich zumindest... ...ne Kill-Message haben. Was mache ich denn da? Scheiße, die haben jetzt schon wieder fünf Waves. Oh, 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 oh. Oh, fuck. Fuck, fuck, fuck. Wah, 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 Leute, was macht er denn da? Wo? Oh, Mann. Da ist heute keine gute Laune-Runde. Wir werden hier noch komplett überrannt. Dabei hatten wir das Spiel schon so gut wie im Sack. Sieht hier auch nichts. Da sind hier zu viele Bäume. Ich habe ihn. Ich habe tatsächlich mal was getroffen. Ich habe was getroffen. Das erste Mal in diesem Video, glaube ich. Und keine Bestätigung dafür erhalten. Ich werde jetzt hier einfach... Oh, David. Da sind sie. Den will ich doch erwischen, oder? Scheiße. Aber ich hoffe, ich habe ihn auch noch erwischt. Fuck, Mann. Ich stand da natürlich auch völlig offen, aber... Ähm... Ich habe nicht die Hoffnung, dass ich da jemanden erwischt habe. Meine Granate. Granate. Ey. Ey. Oh. Ouriencia mit der Flanthofre desenfektion hat. Okay, man. Okay, danke. Ich habe nicht den... Ich habe nicht den, Laurie. Okay, gut. Ich habe nicht die Flanthofreste. Wo, 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 wo? Keine Ahnung, woher das kam. Oh, den hab ich erwischt. So. Ja, Baker. Schnell zu B und hoffen, dass wir so lange überleben. Was, bin ich dumm? Da lag er und ich habe einfach nichts getan. Hab ihn angestarrt. Bist du ein Deutscher? Ja, es ist wirklich intens, dieses Match. Immerhin, und ihr seid Zeugen. Wie ich als größtenteils unbeteiligter Beobachter. So, geht's hier ab. Jetzt wird A eingenommen. Okay, das war für mich nicht besonders ergiebig. Ich hoffe, euch hat es trotzdem Spaß gemacht. Bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.